Ich darf Sie dann entsprechend nochmal herzlich begrüßen zum heutigen JFD-Devisenradar. Jeden Mittwoch 15 bis 16 Uhr kostenfrei für Sie, um hier praktisch eine Beschau auf die Währungsmärkte zu starten. Dort auch inkludiert natürlich Gold als die älteste Währung der Welt und im Übrigen ja auch hier die Idee, das Ansinnen des JFD-Devisenradar ein Stück weit auch auf die Rohstoffe zu münzen. Insofern, dass wir das Radar auch auf Öl beispielsweise auswerten oder ausweiten, um Öl auszuwerten. So wollte ich es praktisch richtigerweise darstellen. Also hier Brand WTI, unter Umständen auch mal Platin und Palladium, aber am Schwerpunkt natürlich Gold und Silber. Hier auch eine Bühne zu bescheren, um eben hier genau diesen auch gerecht zu werten und dann die Möglichkeit eben zu schaffen, eben auch mal über die Währung hinaus den ein oder anderen Rohstoff hier sozusagen radartechnisch unter die Lupe zu nehmen. Heute, wie gesagt, wollen wir uns eigentlich nur erstmal mit dem Währungsmarkt beschäftigen. Allen voran hatten wir heute den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Devisenradar. Wir haben hier links im Stundenchart die Situation, dass es nicht zu einem weiteren Rücksetzer kam, so wie es sich hier zur Handelseröffnung der European Session eigentlich andeutete. Wir hatten ja hier bei 100, ja, 195, 103 Yen einen Horizontalbereich, der sich hier zunächst als Hürde darstellt, als leichte Hürde und ein Rücksetzer zum heutigen Pivot Point hier um 102, war technisch gesehen eigentlich eine schöne Ausgangslage, die das Währungspaar hätte auch nehmen können. Aber Sie sehen hier, die gestriegelte Option führte viel mehr zum Einzug. Es gab hier am Vormittag noch den Ausbruch auf der Oberseite und jetzt bewegen wir uns hier mit einer wilden Seitwärtskonstellation um das Level um 103 Yen herum. Das ist natürlich jetzt die Gretchenfrage, was dürfen wir hier am Nachmittag noch erwarten. Rein von der Range her ist das Währungspaar heute relativ zurückhaltend unterwegs. Sie wissen, US-Dollar-Yen, ich sagte es heute Morgen schon im Devisenradar, hat sich ja gestern, wir gehen mal kurz auf den Tagesschart, hier 130 Pips bewegt, die Kerze entsprechend groß. Im generellen Schnitt, wenn man es mal so generalstechnisch pauschalisieren will, haben wir eine Range von unter 100 Pips. Das ist auch ein Stück weit der mangelnden Volatilität geschuldet. Das sehen Sie aber auch an diesen kleinen Kerzen hier, während der vergangenen rund zwei, drei Wochen allein schon, die Kerzenkörper hier sehr, sehr übersichtlich und im Schnitt haben wir hier eine Daily Range, also eine Tagesvolatilität von um die 85 Pips und gestern mit 130 sehen Sie entsprechend bei dieser starken Power Candle, wie ich es schon mal fast bezeichnen will, weil sie im Kontext der vorherigen Kerzen eben hier ein Stück weit Movement darstellt, ähnlich wie die Kerze hier vom 21.09. oder hier entsprechend die Kerze vom 06.09. diese Kerzen visualisieren recht deutlich, dass der Markt schlussendlich ein starkes Momentum, ein starkes Volumen gesehen hat, um eben eine entsprechende Bewegung hier herbeizuführen. Sie sehen auch diese Kerze hier vom 29.09. gar keine Frage. Solche Power Candles gibt es immer wieder und wenn solche Kerzen nicht relativiert werden, also auch wie heute Morgen schon dargestellt, hier im Bereich des Fibonacci Levels 50.61.8 relativiert werden, also nach unten aufgelöst werden, dann sieht es gut aus, dass sich diese Power Candle im Trendmomentum weiter fortsetzt, soll hier praktisch bei Westerlän bezogen auf eine weitere Aufwertung hindeuten. Und davon gehe ich auch kurzfristig aus, das sieht hier wirklich sehr, sehr bullisch aus. Mich würde es überraschen, wenn wir diese Candle auflösen. Wir müssen damit rechnen, dass das passieren kann, denn wir wissen letztlich gar nicht, was der Markt noch für Zaubereien bereithält, aber rein technisch, rein von der Ausgangslage her, sieht das schon mal gut aus. Und wenn wir diese Power Candle anschauen, das hatte ich heute beim Devisenradar noch nicht berücksichtigt, haben wir im Horizontalbereich, ja schauen Sie uns das mal an, wenn ich hier rübergehe und das bis in den August fortführe, hier immer wieder Kerzenkörper, die genau diese Zone treffen und das ist mit Verlaub eine sehr, sehr starke Unterstützungszone, die wir hier definitiv nicht unterschreiten sollten. Das kann man als Standing, als Wording mal hier so lassen, 101,75, das Mittel dieser Unterstützungszone, ein ganz wichtiges Level, was keineswegs, keinesfalls unterschritten werden sollte. Wenn es dazu kommt, haben wir hier definitiv wieder eine Umkehr und dann sieht es eher, ja, Szenario grauer Fall, danach aus, dass der Markt wohl nach unten laufen will, ja, so zu sagen. So können wir das mal darstellen, wenn es denn dazu kommt. Aber Sie sehen ja aktuell selber, die Ambitionen des Währungspaares sind eigentlich aufwärts gerichtet. Sieht mir hier nicht so bärisch aus, wenn man das mal so salopp ausdrücken will, wirkt für mich hier, wie gesagt, eher bullisch, gerade der Ausbruch. Und wenn es Rücksetzer gibt, dann sollten die, wenn eben durchaus morgen, wir haben ja auch noch die Non-Front-Paywalls am Freitag, also Volatilität wird es geben. Und wenn man dann eben hier nochmal die Möglichkeit hat, um 102,50, um 102,30, ja, also 102 sollte man im Idealfall nicht mehr unterschreiten, aber in dieser Zone hier, wenn man da die Möglichkeit hat, nochmal zuzuschlagen, könnte das unter Swing Trading-Gesichtspunkten eine sehr, sehr gute Ausgangslage sein. Und deswegen mache ich hier wieder mal so einen kleinen Kreis rein, nehmen wir mal, in dem Fall hier die Ellipse, weil Kreis sehe ich nicht, ja, da habe ich nicht drin, ist ja wurscht. Und letztlich haben wir hier so eine Zone, die wir mal als Ellipse sogar noch viel schöner darstellen können, ja. Also wenn der Preis hier dieses Niveau anläuft, wäre das hier eine Buying Zone, okay. Um natürlich, sagen wir mal, antizyklisch eine konträre, oder jetzt kommt noch ein Wort, korrektive Gegenreaktion sozusagen handeln. Denn wir haben hier übergeordneten Abwärtstrend, das ist klar. Wir haben auch sehr schön hier visualisierbar durch den Rainbow ganz klares Abwärtsmomentum, gar keine Frage. Ja, auch hier, Sie haben es im Radar ja gesehen heute Morgen, das Scheitern hier an dieser Trendlinie, damals auch schon mehrfach in den letzten Wochen darauf hingewiesen, Sie kennen das Setup, Rainbow und Heiken Ashi-Kerzen. Ja, wenn wir jetzt hier praktisch die Heiken Ashi-Kerzen mal in, oder besser gesagt, die Candlestick-Kerzen in Heiken Ashi-Kerzen verwandeln, den Trendfolge-Charakter sozusagen an den Tag legen, dann haben wir hier natürlich eine Trendfolge-Signalgenerierung, die sich, und das können Sie sich hier sicherlich erinnern, als das Währungsbrauch hier um 106, 50, 106 Yen notierte, hier ideale Einstiegschancen generierte, genau wie auch hier zuletzt im September an dieser Trendlinie im Rainbow eingetaucht, dann hier eine Negativ, also erstmal so eine Doji-Heiken Ashi-Verkaufskerze und dann nachfolgend hier eben eine klare Verkaufskerze. Und die Heiken Ashi-Kerzen, wir hatten das übrigens ja mit Jörg Schmidtschneider im letzten Live-Trading-Event, sind hier trendfolgetechnisch sehr, sehr schön anzuwenden und darum wird es auch in diesem Monat, das Mailing geht die Tage raus, ein Webinar nochmal zu den Heiken Ashi-Kerzen geben. Auch ich selbst habe da, wie gesagt, mit dem Rainbow und den Heiken Ashi-Kerzen gute Erfahrung, es ist ein Trendfolge-System. Ganz klar ist natürlich, dass man hier nicht die sozusagen eierlegende Wollmilchsau hat, die praktisch alles kann und alles macht und nur Profite erzeugt, das ist eh klar, aber man hat hier eine Möglichkeit, klares Trendmomentum durch den Rainbow zu visualisieren und wenn das da ist, dann mit den Heiken Ashi-Kerzen sozusagen Entries zu bekommen. Diese Entries sind hier dann praktisch mit diesen schwarzen Heiken Ashi-Kerzen in sich darstellbar und gerade auch, wenn solche Doji-Umkehr-Kerzen vorher zu sehen sind, dann zeigt das, weist das so ein bisschen darauf hin, aha, der Markt könnte ja hier möglicherweise jetzt einen kleinen Spin vollziehen und wie wir es auch beim Jörg damals gesehen haben, wenn hier direkte, also auf weiße Kerzen folgend, direkte schwarze Kerzen kommen, dann ist das Momentum oder der Überraschungseffekt der Trade-Idee eigentlich vom Tisch, hat man aber nach so einem Aufwärtsmomentum hier so ein paar weiße, nach so einem bullischen weißen Aufwärtsmomentum, dann so ein paar kleine schwarze Kerzen, solche Dojis hier, dann kann man hier mit einem relativ engen Stopp über dem letzten Hoch, in dem Fall eben praktisch ein Short-Set abspielen. Ob es aufgeht, meine lieben Zuschauer, das steht auf einem ganz anderen Blatt und letztlich kann im Trend-Folge-Prinzip davon ausgegangen werden, dass die Trefferquote unter 50% sich bewegt, das heißt, wenn Sie hier in Anführungszeichen das Rainbow-Trading vollziehen und hierbei mit einem Heike-Naschi-Ansatz als Signallinie sozusagen arbeiten, dann ist es sicherlich sehr wahrscheinlich, dass Sie pauschal gesprochen, wenn Sie 10 Trades oder 100 Trades abgefeuert haben, eben weniger als 5 davon ins Ziel führen. Eher wahrscheinlich 4 bis 5, aber auf jeden Fall keine 7 oder 8 Trades, also wie das bei, ich sage es mal so, Counter-Strategien ist oder Breakout-Strategien, da hat man kleinere Gewinnziele, entsprechend höhere Trefferquoten, das ist beim Trend-Folge-Prinzip nicht so. Aber wenn dann eben mal ein Trend gut erwischt wird, dann gilt es, diesen auszureizen, beziehungsweise hier ein Minimum in Sachen dreifaches R zu verdienen, 2,5 R. Das ist aber wie gesagt eine sehr, sehr individuelle Geschichte nach dem Motto, wo sind denn Ihre Trading-Skills angesetzt? Und auch dazu werden wir ein Stück weit Aufklärung in den kommenden Webinaren bei JFT liefern. Grundsätzlich jetzt erstmal US-Dollar, jetzt habe ich mich hier fast schon ein bisschen festgebissen, denkbar klar, was hier passiert. Okay, wir haben hier übergeordneter Abwärtstrend und ich lese auch gerade von Alpha, ja, schräge Trendlinien. Ich bin kein Fan von diesen schrägen Trendlinien, ja, aber in dem Fall ist es wieder ein Musterbeispiel, dass der Markt sich, ich will nicht sagen daran orientiert, aber dass es zumindest technisch ableitbar ergänzend eine Signalgenerierung war, die man hier durchaus hätte spielen können, ja, so lange eben, bis es hier zu einer Umkehr kommt, hier zu so einer Art Ausbruchsbewegung, die wir jetzt hier definitiv sehen und Sie sehen, der Rainbow ist übergeordnet noch ganz klar intakt, ja, das heißt nicht, dass wir jetzt hier einen großen Gegen-Move sehen müssen, rein Trendfolgen spricht eher dafür, dass wir uns hier irgendwo erschöpfen, möglicherweise, und auch das kann man natürlich nicht ausschließen, reicht die Preispower gar nicht hier bis 106, was ja eigentlich mein jetzt favorisiertes Szenario ist, sondern hier an den letzten Verlaufshoch, hier von Anfang September, ja, around about um 104, 103,50 eben, hier wird die Luft vielleicht schon dünner und das Währungspaar kippt hier schon wieder nach unten, das kann passieren. Dann haben wir natürlich hier, wenn wir beispielsweise die Heiken Ashi-Kerzen benutzen, möglicherweise dann auch wieder eine Doji-Kerze, ähnlich wie diese hier, ja, also Doji-Kerze deshalb, weil die bei den Candlestick-Kerzen so aussieht, also eine Kerze mit Öffnungspreis, nahe Schlusspreis, High and Low und dann auch mal, wie gesagt, so eine Patz-Situation am Tagesschluss oder auch hier, ja, wenn so eine Kerze hier auftaucht, will ich meinen, zugegebenermaßen könnte man dann hier ein Short-Set abspielen, ja, ganz klar, im Sinne der Trendbewegung, ganz, ganz wichtig. Aber, wie gesagt, vermeint dafür halten, jetzt unabhängig der Trendlinie, wo ein Pora erfolgt, da sehe ich hier durchaus kurzfristiges Momentum, denn wenn wir den Chart mal im großen Kontext betrachten, und jetzt klinige ich ihn mal so ein Stück weit wieder, schwarze Kerzen in der Rainbow machen wir auch mal raus, so, jetzt haben wir wieder ein Stück weit klaren Chart, sehen wir hier unten aber eben den Support-Bereich um 100 Yen, und Sie wissen auch, wenn Sie die letzten Radarsendungen gesehen haben, der Bereich um 100 Yen ist eine Zone, die hat auch die Bank of Japan im Kopf, und zugegebenermaßen, wenn dieses Level fällt, hat die Notenbank-Politik der Eponomics von Shinzo Abe und Co. aus Japan ganz klar versagt, also dann ist es so, dass der Yen hier weiter aufwertet, was nicht der Wunsch der ganzen Gesellschaft ist, vielmehr sehen wir ja hier eben entsprechend seit 2015 eine schöne Top-Bildung hier oben, und seither sehen wir hier eben eine massive Yen-Aufwertung, die wir auch hier sehr schön, ich hole es nochmal kurz rein, in diesen Index-Geschichten sehen, also in diesen Index-Indikationen, meine lieben Zuschauer, hier sehen Sie den Yen und seine Stärke, jetzt gehen wir mal auf den größeren Bias, hier sehen wir jetzt eben zuletzt diese ansteigenden Kerzen, jetzt unlängst wieder schwach, weil wir eben eine Stabilisierung beim Währungspaar sehen, und da ist natürlich ganz, ganz wesentlich, dass man hier eine Entscheidungsfasse hat, also das Bild ist praktisch gespiegelt zum US-Dollar-Yen, warum? Weil wir hier den Yen-Index haben, der hier im Kontext zu drei Währungen steht, zu den anderen drei Weltwährungen, Schweizer Franken, Euro, Britisch Pfund, und hier haben wir die Situation, dass das, was hier beim US-Dollar gegen den Yen, die 100-Yen-Marke ist, also hier auf der Unterseite praktisch der Support, also hier dieses Level, haben wir hier beim Index im Endeffekt hier oben diesen Widerstandsbereich, und ja, das wird spannend zu beobachten sein, wie hier die Situation noch ausgeht, letztlich, wenn der hier der Yen-Index oben ausbricht, Schrägstrich der US-Dollar-Yen hier nach unten wegsegelt, dann haben wir hier richtiges Momentum auf der Südseite, und auch das kann man natürlich spielen, so rum, aber scharptechnisch haben wir hier definitiv einen schönen Boden gebaut, verbal interveniert, sicherlich immer wieder von der Bank of Japan, und grundsätzlich ist es hier sehr, sehr interessant. Alpha 21, genau, einige Fragen noch im Chat, da gleich mal angemerkt an dieser Stelle, liebe Zuschauer, nutzen Sie den Chat zur Interaktion, das ist natürlich auch beim Live-Event eine ganz schöne Geschichte gewesen, werden wir auch diesen Monat wieder starten, ich habe heute Nachmittag ein Telefongespräch mit einem Trader, den wir reinnehmen, ansonsten würde ich, und das ist auch eine Frage, die gerade auch von Stefan kam, mit dem Rainbow, ansonsten würde ich selbst, unter Umständen mit Martha wieder, meine, in Anführungszeichen, Rainbow-Schülerin aus früheren Zeiten, hier dann ein Webinar stemmen, und wir werden das Rainbow-Trading mal ein Stück weit wieder an den Mann bringen, dazu wird es nächstes Jahr auch wieder ein Seminar geben, ein Online-Seminar, wo es auch das Template dazu gibt, und das wird wahrscheinlich die Frage sein, Stefan, den Rainbow, also wie gesagt, den Rainbow, den ich hier nutze, den finden Sie ja in Guidance, und Sie können ja auch Guidance mittlerweile als Handelsplattform nutzen, ja, das heißt, wenn Sie hier Ihre Shards zeichnen, und beispielsweise der Rainbow zu finden, hier oben bei den Indikationen, unter Sonnsticker, schwupp, RB, das sind natürlich Abkürzungen, da muss man ein Stück weit schauen, und vielleicht, BB ist zum Beispiel Pivot Point, ja, BB ist ein Bollinger-Bänder, ATR ist Average-to-Range, also wenn man das nicht genau weiß, dann klickt man mal drauf, und dann sieht man es letztlich, aber RB steht für Rainbow, und der ist wie gesagt relativ frühzeitig schon hier integriert worden, und wenn Sie hier draufklicken, dann haben Sie den Rainbow sozusagen in Ihren Shard integriert, und können jederzeit mit diesem Rainbow arbeiten, beziehungsweise können den, wenn Sie natürlich das Timeframe auch entsprechend ändern, auf jede Zeitebene runterziehen, und eben der Witz, also Witz ist es eben nicht, sondern der Fortschritt von Guidance, als Analyse-Plattform, ohnehin schon ein Pratt, als Social-Media-Plattform, schon eine große Hausnummer, gerade mit den Experten, mit den Interaktionen, Sie kennen meinen Guidance-Desk hier, Sie kennen unseren JFD, also hier unser Guidance-Desk, hier morgen auch ein Trade abgefeuert, Steffen an dieser Stelle auch, wenn du dich für einen Rainbow interessierst, immer mal schauen, was wir hier machen, hier ist auch die Marta aktiv, postet ihre Shards, und hier wird, wie gesagt, immer auch aktiver Austausch gepflegt, da ich mit dem Rainbow, wie gesagt, seit Jahren auf Tuchfühlung bin, dazu die Seminare auch immer wieder mache, aber auch hier im JFD-Desktop, eben hier eine Interaktion im Kundenchat stattfindet, unsere Live-Videos, unsere Live-Stream-Posts, und, 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 also da ist natürlich Interaktion garantiert, jetzt dann aber, jetzt muss ich zurück auf die Seite, genau, können Sie mit dem Broker-Login eben auch handeln. Ja, jetzt mal kurz warten, genau, und dann wählen Sie eben den Partner auf, hier, JFD-Brokers, und da geht's los, Konto öffnen, falls noch nicht, oder eben Broker-Login, falls Sie direkte Zugangsdaten schon haben, und dann, das ist eben das Tolle, können Sie aus Guidants heraus handeln. Joche, aus der Analyse-Plattform ist eine Handelsplattform geworden, und das ist, wie gesagt, ein riesen Fortschritt. So sieht's aus. Danke. Feedback kommt auch hier gleich rein, von dem einen oder anderen Teilnehmer. Ja, zur Erklärung noch, es ist grundsätzlich so, dass wir hier eine Synchronisation hergestellt haben, zwischen dem Metatrader und der Guidance-Plattform, das heißt, es ist kein separater Konto-Login notwendig, also es heißt nicht, dass Sie sich mit einem Account hier einmelden müssen, mit dem anderen Account bei Metatrader, sondern es ist eine Synchronisierung, oder es hat eine Synchronisierung stattgefunden, und Sie haben hier praktisch mit diesem Zugang, mit diesem Ein-Konto-Zugang, ein Zugriff auf mehrere Sharp-Plattformen, auf mehrere Trading-Plattformen, und wir sind ja auch hier weiter bestrebt, unsere Kompetenz in Sachen Trading-Desk für Sie zu erweitern, und da haben Sie es auch schon oft gehört, stehen einige in der Pipeline, und wir werden natürlich hier bei Guidance nicht Stopp machen, sondern wir werden hier auch versuchen, den einen oder anderen Trader mit seiner Wunsch-Plattform auch abzuholen, also es gibt ja der eine mag dies, der andere mag das, keine Frage, ich kann auch schon ankündigen, dass der Metatrader 5 durchaus ein Thema sein wird bei uns, und insofern lassen Sie sich da mal überraschen, was da noch kommt. Wie gesagt, bei JFT gehen wir hier natürlich den Schritt auch auf Sie zu, und nicht jeder mag den Metatrader, nicht jeder mag Guidance, aber der eine oder andere hat hier doch seine Vorliebe, und eben mit den neuen Plattformen dann erst recht, und insofern denke ich mal, werden wir da hier ein gutes Angebot schüren, damit Sie natürlich auch weiter nach vorn gehen können. So, trala, also Steffen, Rehmbau wäre geklärt, denke ich, ja, rausnehmen, dann kann man den auch ganz einfach hier, zack, und dann hat man wieder den normalen Chart. Ansonsten, einfach ja mit den Trendlinien, da hat der, wie gesagt, also es gibt ja Chartformationen, symmetrische Dreiecke, ja, bullische Flaggen, bärische Flaggen, die ganze Chartformationsgeschichte, ich bin ja selber ausgebildeter technischer Analyst, und habe ja bei der VTAD beziehungsweise bei der IFTA meine Prüfung absolviert, und mich natürlich mit den Elementarien der Charttechnik auseinandergesetzt, keine Frage, aber zum Beispiel am Forexmarkt ist es so, dass über 95% der Handelsgeschäfte reines Interbanken-Trading ist, das heißt, das sind hier die Big Boys am Start, die nicht nur die Pipette, und da sprechen wir von der fünften Nachkommastelle, ja, sondern die dann auch die sechste, siebte handeln mit Milliarden Volumen, und die schauen, also die großen Handelsbanken haben natürlich ihre Handelsoffices, und die haben auch für ihre Kunden Swing-Trades, die vorgestellt werden, die sich dann auch an, sag ich mal, Mustern orientieren, ja, aber ganz sicher handeln die nicht alle in eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wenn sie aber auftaucht im Chart, und das sagt eben im Prinzip die technische Analyse als sich, oder an sich ja eigentlich aus, dass man praktisch aufgrund vergangenheitsbezogener Erfahrungswerte hier eine Projektion in die Zukunft gestalten kann, und das ist natürlich das, was die Charttechnik auszeichnet, und im Prinzip spult man oder schielt man auf Wiederholungsmuster, ja, also ich sage mal, die Geschichte wiederholt sich, nicht immer gleich, aber es sind eben psychologische Massen Konstellationen, oder letztlich ist Börse ja auch noch hin, Massenpsychologie an den Märkten, ja wie gesagt, dann am Forexmarkt oder Aktienmarkt auch, und es gibt eben dann durchaus Preis-Action-Verhältnisse, die sich wiederholen, zum Beispiel aber, und da muss man einen ganz großen Wert drauf legen, gerade bei den Banken, oder auch beim professionellen Trading-Bereich, sind solche Horizontalzonen, wie wir sie hier sehen, ja, 100 Yen Mark, also erstmal mit einer runde Hausnummer, dreistelliger Bereich, ganz signifikantes Level, mehrfach bestätigt, also auf solcher Horizontallinien, da schauen wirklich viele, und auch die Big Boys drauf, das ist schon eine Geschichte, aber ob da jetzt hier so eine Trendlinie, als bullische Flagge daherkommt, oder wie auch immer, da geht es ja auch schon los, ist der Chart logarithmisch, oder linear eingestellt, da fängt ja die erste Krux schon an, aber im Grunde genommen, wollen wir nicht zu komplex werden, faktisch aus der Praxis, für die Praxis, schauen Sie sich die Candles an, also das reine Volumen, gewisser Preisbewegungen, schauen Sie sich Horizontalunterstützung an, und natürlich können Sie auch Trendlinien verwenden, ja, also da ich ja auch die Ausbildung genossen habe, solche symmetrischen Dreiecke, haben eine Erfolgsquote, die funktionieren auch, und für alle Teilnehmer, die bei mir schon mal so ein Formationsseminar mitgemacht haben, habe ich hier die Pattern-Seite von Kameraden Bulkovsky, der hier, ja, darstellt, beziehungsweise ohne Grenzen, jetzt muss ich mal gucken, hier, wo haben wir so ein Candlestick-Pattern, Chart-Pattern, hier im Prinzip sämtliche Chart-Pattern, hier sehen wir sie übrigens mal, statistisch ausgewertet hat, allerdings projiziert auf den US-Aktienmarkt, hochliquide Aktien des S&P 500, und hier hat er im Prinzip auch mittlerweile die Butterflies drin und Gartley, also hier die Harmonie-Pattern, wo ich ja auch ein großer Fan von bin, wobei es da jetzt auch schon wieder mystisch wird irgendwo, aber grundsätzlich hat er hier diese Pattern ausgewertet und hat hier im Prinzip auch tatsächlich Performance-Stats an den Tag gelegt, ja, und das zu jeder Formation, und er selbst hat ja auch hier die Enzyklopädien geschrieben, über Chart-Muster, über Candlestick-Pattern, und genau dort sieht man ja auch, dass gewisse Wiederholungsmuster tatsächlich einen statistischen Vorteil aufweisen, ja, also wenn Sie zum Beispiel einen Wimpel oder eine Flagge im Chart sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzungsbewegung sehr, sehr hoch, und das ist interessant zu wissen. Dazu, wie gesagt, wer es noch nicht auf der Pfanne hat, werden wir auch hier im JFD, ich zeige es Ihnen mal kurz, Webinar-Bereich, wie gesagt, die Oktober-Webinare werden alsbald reinfliegen, ich will wie gesagt nur noch eine Absprache mit einem Trader-Treffen für den diesmonatigen Live-Event, die können Sie dann wie gesagt hier immer nachlesen, unsere ganzen Webinare, und da kommt auch was zu den Chart-Pattern, ja, da werden wir also wieder einen kleinen JFD-Workshop fahren, diesmal geht es, gleich angekündigt, um Heiken Aschi-Kerzen, das, worum es am Anfang dieses Webinars ging, da wird es dann hier um, in Zukunft sozusagen auch um Chart-Pattern gehen, ja, also, die Reise geht natürlich weiter, so, jetzt aber muss ich mal wieder auf die Währungspaare zurückkommen, wer Wunsch-Währungspaare hat, mein lieben Zuschauer, Attacke, fühlen sich hiermit angesprochen, mir ihr Wunschpaar rüber zu schieben, wenn Sie keins haben, ich habe meine eigene Liste jetzt schon vorbereitet, die ich praktisch Ihnen zeigen will, aber es gibt ja möglicherweise noch gewisse Wünsche am Horizont, die wir natürlich gern aufnehmen, oder die ich letztlich dann gerne aufnehme. Also tun Sie sich jetzt nach Wunsch und dafür halten, einfach einen Gefallen und nutzen Sie den Chat und es geht auch schon los, so rums da bumms, also ich kann die Währungspaare, also wie gesagt, jeder fühlt sich aufgerufen, einfach mal ein Währungspaar, was er gern analysiert hätte, reinzuschreiben und ich schaue mal, wo es die meisten Matches sozusagen gibt und werde dieses Währungspaar dann sozusagen analysieren, ja, oder beziehungsweise vornehmen. Ich selbst habe jetzt natürlich auch Währungspaare schon auf der Pfanne, allen voran im konkreten Beispiel den Goldpreis, der ist enorm wichtig für mich jetzt, gerade wegen der gestrigen Korrektur, kündigt ihr euch auch schon an, dass wir das heute im Webinar durchnehmen werden. So. Gut. Gehen wir mal in die Vollen, wie gesagt, sehr schön, sehr schön, tun sich da keinen Zwang an, der Aufruf ist da und wie gesagt, ich schaue doch mal in dem Chat durch, wo es die Matches gibt und werde mir dann eins aussuchen. Prima, wie gesagt, dass sie so aktiv mitmachen, nur so kann es ja auch funktionieren. Gestern, oh, da muss ich Ihnen was zeigen, okay, machen wir kurz noch beim Rainbow, das zeige ich Ihnen gleich mal als Goldgeschichte. Ich hatte ja gestern im Stream gepostet, hier war es, also den Short hier, wie gesagt, der ist ja, ob er jetzt klingelt das Telefon im Moment, wie das immer so ist. Ich hatte ja gestern im Stream ja auch hier diesen Trade angekündigt, Euro out, der lief auch ganz gut, kam zwar hier nicht bis zum ADR-Low, aber die Vorwochen-Tiefs wurden touchiert, erreicht, letztlich für mich Grund genug, hier mal Gewinne vom Tisch zu nehmen, und das war dann auch gut so. Letztlich gab es aber im Goldpreis, oh je, eine signifikante Bewegung, die ich Ihnen jetzt mal zeigen will, also da hat es mir fast den Hut weggeschossen, weil ich sagen musste, wieso habe ich da den Abzug nicht gedrückt, das passiert auch mir, weil es war Mittagszeit und ich war der Meinung, dass ich jetzt hier erst mal abwarte, was der Markt macht und dann ging es schneller, als man schauen konnte. Warum ging es schneller? Sie wissen das wegen den FED-Statements oder den FED-Statements, die dann am Nachmittag reinbröselten, die führten hier zu massiven Bewegungen bei dem Goldpreis und eben auch hier zu einer massiven Abkehr des Long-Biases und da muss ich sagen, das ging mir dann fast schon zu schnell, aber letztlich will ich Ihnen einfach mal zeigen, worum es auch in einem kommenden Webinar gehen wird und zeige Ihnen dann praktisch jetzt gleich mal den Rainbow-Short auf den Goldpreis bezogen und das entsprechende Signal von gestern, was im Prinzip vor dem Absturz kam und das ist wie gesagt ganz interessant zu wissen, zu sehen, dass der Chart eben uns hier durchaus Inhalte liefern kann. Jetzt muss ich mal den Chart kurz aktivieren. Haben wir gleich mal in dem zu schauen. Dauert halt ein bisschen. Viele Programme hier am Start hat er ganz manchmal länger dauern, wie das manchmal so ist. Jetzt schiebe ich das mal rüber. Dann sehen wir den heutigen Rainbow-Short. Ich meine, Goldpreis kräftige Korrektur, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und zum einen gab es gestern hier ein Short-Signal mit Ausbruch der Asia-Range. Ich kann das direkt mal so explizit darstellen. Das wollte ich handeln, habe ich gehandelt. Den Ausbruch hier aus der Asia-Range, das sah mir sehr, sehr gut aus, aber es kam kein Druck auf. Und dann hat sich der Preis hier zurückgearbeitet und hier oben war mein Stop an dieser türkisen Linie. Da ist mein Stop lang gewandert und dann habe ich mich sozusagen für einen Exit entschieden, weil auch hier das Gegensignal kam mit diesem dann türkisen Stop-Band sozusagen. Dann bin ich raus. Und dann habe ich erst mal abgewartet, was passiert. Dann habe ich aber gesehen, der Preis entwickelt nach oben kein Momentum und wir haben, das sieht ja in Anführungszeichen jeder Blinde, hier ein richtiges Abwärts-Momentum in Sachen des Rainbows. Und genau zu diesem Zeitpunkt hier habe ich dann auch auf dem Rechner gestartet und gesagt, okay, es ist zwar Mittagszeit, aber jetzt scheint der hier einen Tagestief zu machen und dann ist der hier ausgebrochen. Und mit den Haigenashi-Kerzen kam auch hier ein verspätetes Verkaufssignal mit den MACD-Candles, die ich jetzt hier speziell verwende, hatten wir mit dieser roten Kerze ein Verkaufssignal, welches mir dann erst mal anschaut und dachte, hoppla, das ging jetzt aber recht schwungvoll. Genau das wollte ich sehen. Als der Preis dann hier runterlief, tat ich jedoch nicht das, was man tun sollte, nämlich den Abzug ziehen, sondern habe mir erst mal angeschaut, was passiert. Dann hatten wir hier ein Close-of-Tagestief und plötzlich fiel der Goldpreis weiter und hier ab dem Zeitpunkt war ich dann nur noch Zuschauer, weil die Average-True-Range, also hier die durchschnittliche Handelsspanne, hat sich sozusagen hier dann auch schon erschöpft gehabt beim Goldpreis. Wir haben jetzt hier, Sie sehen es ja, heute aktuell 10,56 Dollar vollzogen und im Schnitt sind wir hier bei 13 Dollar. Und gestern waren wir hier bei 46 Dollar. Das ist der Goldpreis gestern implodiert vielmehr oder also nach unten explodiert mit dieser riesen Bewegung hier. Das war ja dann am Stück waren es hier 37 Dollar, 38 Dollar, die es hier nach unten ging und das war natürlich ein Brett, also ein Brett an Bewegung und ja, das war eine verpasste Chance, wo man sich durchaus kneifen muss, aber kommt vor. Wenn man so eine Chance aber natürlich mitnimmt und diesen Abwärtslauf, auch sei es nur noch mit der Teilposition durchhält, bis hier unten irgendwo, wo dann die Kerzen beispielsweise signaltechnisch hier wieder ihre Farbe wechseln und dann praktisch von Rot wie Bärisch auf Kaki wechseln, okay, dann kann man dann sagen, gut, jetzt ist die Luft raus aus der Geschichte, jetzt verabschiede ich mich von dem Trade und sage, danke, dass ich dabei sein durfte und das war es dann. Heute, wie gesagt, beim Goldpreis wenig Action, der gestrige Tag muss in Anführungszeichen buchstäblich erstmal verdaut werden und insofern ist hier nichts weiter passiert. So, jetzt werde ich dann aber mal den Marktscan nach Möglichkeiten was ich gesagt Gold haben wir jetzt mal kurzfristig im Rainbow thematisiert nach weiteren Möglichkeiten komme ich dann nachdem ich jetzt den Goldpreis hier aktuell nochmal auswerte auf Tagesbasis wie gesagt, der Rainbow heute ein Stück weit oder Intraday der Goldpreis heute uninteressant für mich da ist gestern zu viel gelaufen so und jetzt gucken wir mal auf diesen Wochenchart hier ein bitteres Pilch meine lieben Zuschauer Sie sehen ja selber was meine Vermutung war und auch hier wieder ein Credo oder sag ich mal ein Aufruf an alle Trendlinienfans natürlich habe ich hier auch einen Aufwärtstrendkanal drin und habe den gesehen und habe hier auch im Prinzip eine bullische Flacke gesehen der Markt hat trotzdem nicht das gemacht was so eine bullische Flacke eigentlich initiiert nämlich ein Ausbruch auf der Oberseite der hätte erfolgen müssen wenn er hier über 1,355 also 1.355 Dollar je unsere rausgegangen wäre der Goldpreis also hier innerhalb dieser Flacke sich einzukaufen klar man erhält einen günstigeren Entry aber hat eben auch das Risiko dass der Markt sich unterm Strich nicht regelkonform auflöst sondern wie in dem Beispiel jetzt hier mit Bravour gesehen doch nach unten wegkippt und das ist geschehen hier um 1.305 1.307 hätte der Goldpreis definitiv nicht fallen sollen er hat es getan wir sehen jetzt die aktuelle Wochenkerze faktisch ist wir haben noch die Non-Farm-Payrolls am Freitag da kann es gegebenenfalls zu einem Überraschungs-Move auf der Nordseite kommen sprich das ist ja die aktuelle Handelswoche dass wir hier plötzlich eine Hammer-Candle sehen und der Goldpreis hier irgendwo dann bei 1.330 möglicherweise steht also hier eine komplette Umkehr macht aber die Non-Farm-Payrolls haben auch natürlich das Potenzial das was wir jetzt ohnehin schon an negativer Handelswoche sehen nach unten aufzulösen und nach heutiger Einschätzung ist der Goldpreis durch die Schwäche des insbesondere gestrigen Tages hier eindeutig angezählt und da ging es ja darum dass eben hier die Notenbank aus den USA die Fed die Leitzinsen eben aggressiver anheben wird und eben nicht hier so Trippelschrittchen macht und hier Inflation schüren will nein es ging eben hier wirklich um prozentuale Stats die mit den 94er Jahren verglichen wurden und da wurden im Prinzip die Leitzinsen heute nicht vorstellbar machen wir uns nichts vor wer soll denn die Kreditzahlung übernehmen bei der Überschuldung in den USA aber grundsätzlich die Idee dass der Markt hier die höheren Zinsen sozusagen antizipiert und im Jahr 94 war es eben so dass innerhalb von 6 bis 9 Monaten der Leitzins um 3% gestiegen ist oder so meines Erachtens sogar um 4% nagen Sie mich da jetzt nicht konkret fest aber tatsächlich es gab immense Zinsanhebungen innerhalb eines kurzen Zeitfensters und ja die Notenbank Fed hat ja hier praktisch die Zinsen letztes Jahr im Dezember da bewegt und jetzt ist immer die große Frage wie viele Zinsschritte kommen noch was kommt noch auf der Oberseite gibt es noch Überraschungen und das sind ja eben die großen Spekulationen und ja da wurde eben gestern in die eine Richtung geblasen und der Goldpreis hat hier erstmal sehr sehr verschnupft darauf reagiert weil Gold wirft eben keine Zinsen ab Gold ist im Prinzip sozusagen ein man sagt ja auch Versicherung ein Trading Vehicle auch aber grundsätzlich eben nicht mit dem Zinseszinseffekt was natürlich Anleihen haben was natürlich durch den Leitzins gesteuerte Bonds weltweit haben wo man dann immer eben sagt wenn die Zinssätze natürlich steigen dann wird praktisch Gold wieder unattraktiver als jetzt ja und Zinsen hebt man ja auch dann nur an wenn die Wirtschaft stark scheint die Arbeitslosenquote niedrig Wachstumszahlen überzeugend die Inflation nicht überschnellt und 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 das ist natürlich alles ein Stück weit kontraproduktiv des Goldpreises und genau sowas ja nimmt der Goldpreis dann sehr sehr persönlich und deswegen die Korrekturen jetzt auf den Chart bezogen auf die Price Action sehen wir da relativ große Kerze wenn die sich jetzt nicht umkehrt am Freitag zu den Non-Farm-Payrolls dann sehe ich hier auf jeden Fall ein Risiko auf der Südseite dass wir hier noch eine wesentlich größere Korrekturwelle einschlagen und da muss man sagen wenn wir hier nicht über 1,3 zurückgehen Non-Farm-Payrolls wie gesagt können hier Überraschungen herbeiführen sollten wir aber unterhalb von 1.300 meinetwegen auch wenn es eine kleine Erholung gibt unterhalb von 1.300 aus der Woche gehen dann sieht das meines Erachtens wirklich so aus als wird der Goldpreis hier nach unten rausbrechen kann natürlich auch ein Fake-Manöver sein durch die News gestern dass die Kerze sich hier umkehrt komplett also ich sage mal hier als Waagschale würde ich hier diese obere Trendlinie dieser eigentlich bullischen Flacke nehmen also richtig bullisch wäre meines Erachtens erst wenn wir hier über 1.335 rausgehen das wäre sozusagen wirklich dann ein Countersignal wo man sagt jetzt geht es los jetzt sind die Bullen wieder am Start und dann denke ich eben dürfte hier der eigentlich blau favorisierte Plan weitergehen ist aber nach aktueller Einschätzung eher das graue Alternativ-Szenario B sollten wir wenn uns überhaupt erholen dann ist das meines Erachtens nur temporärer Natur und es ist nicht unbedingt auszuschließen dass der Goldpreis jetzt hier während der nächsten Woche erstmal stärker zurücksetzt es ist nicht auszuschließen meine lieben Zuschauer wir holen uns mal die Saisonalität nochmal auf dem Schirm zum Goldpreis Schweizer Franken war vorhin also sprich wie hat sich der Preis in den letzten 17 Jahren im Hinblick auf die kommenden 20 haben wir gleich mal 40 Handelstage bewegt und hier sei auch gleich nochmal darauf hingewiesen meine lieben Zuschauer wenn ich hier den Goldpreis auswähle dann gehe ich hier auf XAU USD XAC USD ist im Übrigen hier der Silberpreis warum sage ich das weil sie hier praktisch Gold in US-Dollar sehen und das am Spotmarkt gehandelt das heißt hier im realen Interbankhandel das was wir bei JFT mit unserem Liquiditätspool 20 Plus haben sprich die Order geht rein durch unsere Technologiesysteme DMA STP wird hier eine Preisfindung vollzogen über Bridge und Aggregationssysteme an den jeweils besten Bit oder an den jeweils besten Ask also ihre Preisfrage geht sozusagen in den realen Markt und der XAU USD ist kein CFD sondern das ist der reale Gold-Spot-Preis und der wird am Interbankmarkt genauso gehandelt wie der Euro-US-Dollar Alpha 21 hat keinen Ton ich denke jeder von ihnen hat hoffentlich einen Ton kurz mal Feedback aber ich glaube schon sonst hätten sich ja wahrscheinlich wesentlich mehr Teilnehmer gemeldet also insofern Ton okay jawohl muss ich sagen meine Technik sagt mir hier auch nichts anderes Alpha an dieser Stelle da mal direkt nochmal in dich gehen wer weiß welchen Knopf du da gedrückt hast grundsätzlich aber hier zurück zum Thema wie gesagt das sind reale Spotpreise und das ist kein CFD-Produkt oder was auch immer was hier praktisch den Goldpreis spiegelt und das muss man wissen dass wir bei JFD da eben auch den direkten Marktzugang haben und ihnen nicht da irgendein hausinternes Produkt unterjubeln und das ist ja das Schlimme bei den Market Maker hausinternen Produkten dass der Broker an den Verlusten von ihnen verdient verdienen kann und es durchaus auch tut praktisch gegen den Kunden zu handeln das muss man einfach ganz real mal hier auf den Tisch bringen gut aber zurück zum Goldpreis wir haben im Prinzip hier XAU USD den Goldpreis als solchen ausgewählt und sehen technisch angeschlagen aber saisonal meine Güte wie bullisch sieht das denn aus wir haben hier jetzt gehen wir auch noch mal ein bisschen in den Dezember rein wir haben hier rein saisonal eine sehr sehr bullische Ausgangslage die uns zumindest bis in den November bis zum Monatsabschluss fast hier einen steigenden Goldpreis versichert wir wissen es wiederum nicht ob es so kommen wird aber rein saisonal ist es praktisch so dass der Goldpreis hier dazu neigt ab Oktober anzusteigen bis November auf jeden Fall selbst im Dezember gibt es hier noch einen kleinen Dip und dann sehen wir auch schon wieder eine leichte Erholung aber grundsätzlich sehr sehr positives saisonales Momentum deswegen ja auch und das hatte ich damals im Video auch besprochen lasst den Goldpreis hier noch ein Stück weit konsolidieren in dieser bullischen Flagge wenn er dann ausbricht dann haben wir hier saisonal gesehen ein sehr sehr schönes Muster was zu diesem Trendkanal zu dieser bullischen Flagge passen würde und Sie sehen ja mein Ziel lag hier oberhalb von 1550 irgendwo ich werde die Woche höchstwahrscheinlich nochmal ein Update fahren in Sachen Analysecheck eben aufgrund der brisanten Situation vom Goldpreis wir werden dann hier wie gesagt die Situation nochmal neu bewerten aber es muss gesagt werden aktuell charttechnisch definitiv Schieflage definitiv angeschlagen und es deuten sich Rücksetzer Richtung 1.2 und 1.75 an ja hier Zielzone durchaus denkbar dann muss man sagen haben wir das 1.60er Level dieses kompletten Impulses vom Dezember letzten Jahres bis zum letzten jüngsten Verlaufshoch des Julis um 1.608 korrigiert also eine gute Zone um wieder nach oben aufzudrehen das soll jetzt hier eben nicht heißen dass der Goldpreis während der kommenden Monate oder auch fangen wir mal bei Wochen an und gehen dann zu Monaten hier komplett wieder untergeht und die 1.000 Dollar Unze unterschreitet was ja durchaus auch optional zu Beginn des laufenden Jahres Sie wissen ja hier was Ende 2015 das war schon hier eine heiße Geschichte wir waren keine 50, 60 Dollar von diesem Level weg und auch hier wieder runde Hausmarke wie beim US-Dollar-Yen also 1.000 Dollar die Unze das ist auch mal eine Schlagzeile wenn man das auf der Bild-Zeitung oder selbst beim Stern also ich hätte schon angenommen wenn es passiert der Goldpreis praktisch dieses Level reißt wäre ich mir fast sicher gewesen dass wir Schlagzeilen noch und nöcher Fokusmane oder wie sie alle heißen oder wahrscheinlich auch auf NTV Goldpreis seit 4 Jahren erstmals wieder 3-stellig oder irgend sowas hätten wir gelesen auf jeden Fall die Monster-Headline natürlich aber das ist ja dem Goldpreis dem Goldpreis erspart geblieben und diese Erholung hier jetzt gehen wir mal ein Stück weit raus aus dem Chart mutete eigentlich ganz gut an und charttechnisch und saisonal wie gesagt eine gute Voraussetzung dass wir eigentlich weiter nach oben laufen aber aktuell sieht es eben doch ein bisschen schwieriger aus so aber schwieriger ist relativ insofern mal warten wie der Freitag daherkommt also ich will jetzt hier die Situation hier nicht so negativ darstellen dass der Goldpreis zum Untergang geweiht ist aber es kann durchaus sein dass wir hier durchaus nochmal 100 Dollar tiefer gehen passt nicht unbedingt in saisonaler Muster aber technisch ist hier wie gesagt einiges am Porzellan zerschlagen bullisch dann erst wieder wenn wir hier rausgehen also da muss ich sagen da würde ich komplett den Bias wieder gen Norden drehen die Bazooka laden und dann im Prinzip hier auf das Longsetup aufspringen wenn wir hier die 1335 sozusagen aufgeben dann wäre es meines Erachtens also aufgeben auf der Oberseite sprich überwinden dann wäre das meines Erachtens eine sehr sehr schöne eine sehr sehr schöne Ausgangsbasis um zu sagen okay jetzt darf der Goldpreis auch weiter anziehen aber so ist es nochmal aktuell nicht gut auch die heutige Erholung ist im Prinzip ein Klecks auf oder besser gesagt ein kleines Salzkorn in der Suppe oder ein heißer ein kalter Tropfen auf einem heißen Stein das ist Sie sehen ja auch hier die Tageskerze ja dürftig ja nach der gestrigen fast 50 Pip Abwärtskorrektur ist es hier mit der heutigen Kerze fast schon peinlich in Sachen Gegenbewegung man sieht das starke Abwärtsmomentum wird nicht wirklich gekauft und das belastet den Goldpreis auch zusehends also sieht wirklich nicht unbedingt gut aus okay jetzt muss ich direkt nochmal reingehen in den Chat wie gesagt wir hatten viele viele Fragen oder auch besser gesagt Anregungen zu Währungspaaren das sondiere ich jetzt mal das Seasonal Tool das ist ein lizenzpflichtiges Tool und nennt sich Forex Bull das wie gesagt per Lizenz sozusagen erwerbbar und dann kann man da statistische Auswertungen treffen einfach mal Forex Bull bei Google eingeben da kommen Sie zur Webseite ist auch ein statistisches Tool was ich selbst nutze nennt sich auch Fuzi Vektorlogik auch der ein oder andere wird das schon wissen was ich damit meine ein Stück weit mystisch wieder aber auch hier werden vergangenheitsbezogene Daten in die Zukunft projiziert das ein Stück weit gemixt mit Saisonalität und auch zum Beispiel hier solchen Wochentagen oder Wochentagsstärken und da ergeben sich dann praktisch so statistische Kennzahlenmuster die einen möglichen Vorteil im Trading bringen können gut mögliche Vorteile wollen wir jetzt mal betrachten ich sehe auch oft weil ich den Goldpreis gerade behandelt habe den Silberpreis als Frage also als Vehikel was ich denn jetzt mal durchnehmen soll und ja da komme ich Ihrer Frage gerne mal nach wir schauen mal auf den Silberpreis so da haben wir den Chart das sieht nicht mal so uninteressant aus schauen Sie das mal an den lieben Zuschauer Silberpreis habe ich jetzt im Vorfeld nicht durchgescannt Goldpreis war klar dass ich den durchnehme heute im Devisenradar neben US-Dollar-Yen und auch dem ein oder anderen Währungspaar was ich noch im Hinterkopf habe aber schauen Sie sich mal den Silberpreis an den hatte ich auch gekauert mal bei einem letzten Devisenradar Webinar beziehungsweise auch Livestream jeden Morgen ja 9.30 und da hatten wir hier natürlich diese Abwärtsbewegung da wieder ein schön Gruß an die schräge Trennlinie hat hier wieder in Anführungszeichen ja punktuell fast schon schablonartig gepasst geklappt hier haben wir ein Widerstandslevel noch horizontaler Natur gehabt ja und dann ging es zurück und hier das war eigentlich wenn wir den Ausbruch über 20 Dollar 20.15 Dollar als Trigger Level nicht schaffen war meine Idee okay der Goldpreis darf ruhig auch nochmal zurücksetzen Sie sehen hier die gestrichelte Linie und das ist auch passiert und er hat auch zurückgesetzt aber wie wir jetzt wissen sehr sehr deutlich allerdings jetzt zoome ich mich mal raus hier diese Linie machen wir mal eine U-Linie als Unterstützung draus Price Action hier Ausbruch Durchlauf spielt keine Rolle Price Action hier Price Action hier Price Action hier und genau an diesem Level stehen wir wieder das ist eine Zone meine Lieben Zuschauer die ist für Anleger Trader auf jeden Fall von Interesse und zudem haben wir hier vom Aufwärtsimpuls Mitte des Jahres bis zum Verlaufshoch ausgehend also diese Bewegungsstrecke hier jetzt einen korrektiven Rücklauf gesehen bis zum 61er Level dieses Level und heute habe ich es echt mit schrägen Trendlinien passt auch an diese Trendlinie heran und genau von dieser laufen wir jetzt nach oben ich darf keine Handelsempfehlung aussprechen aber wenn ich mir das Bild jetzt mal anschaue beim Silberpreis dann kann man der der davon ausgeht dass der Silberpreis da gehen wir auch gleich mal auf die Saisonalität vom Silberpreis das hier ist übrigens der Tagesschart und das ist die Saisonalität zu Silber ist natürlich dem Goldpreis nicht wirklich abgeneigt weil der Goldpreis als großer Bruder sozusagen ja ohnehin den Rückenwind darstellt für den Silberpreis ja also wenn Gold steigt tut Silber das gleiche und umgekehrt nur der Silber ist der Hebel auf Goldpreise also Silber bewegt sich in Anführungszeichen fünfmal stärker prozentual gewichtet wie eben der Goldpreis aber wenn wir das eben sehen dann kann man dazu übergehen dass es hier rein technisch nur auf den Silberpreis bezogen der Goldpreis sieht ja technisch gesehen nicht so gut aus dass wir hier eine Erholungsbewegung sehen könnten die durchaus die letzten Hochs attackiert also die letzten Unterstützungshochs so dann machen wir mal einen blauen Pfeil als wahrscheinliche Variante und wenn es richtig gut kommt dann hat der Silberpreis sogar noch Chance eine kräftigere Erholung einzuleiten das geht aber nur wenn es der Goldpreis eben dann auch über die 1300 schafft und das sieht mir eben nicht danach aus also das Bild ist hier jetzt gerade völlig konträr des Goldpreises aber beim Silberpreis kann ich mir hier erlauben so eine Unterstützung oder Erholungsbewegung einzuzeichnen aufgrund des 61,8 Level aufgrund dieser schrägen Trendliehe die jetzt nicht das Schwergewicht ist aber durchaus interessant und aufgrund dieser horizontalen Unterstützung dass der Silberpreis von diesem Level aus hier zumindest korrektiv einen kleinen Erholungsimpuls fährt der im Ausdehnungsfall auch bis 19,50 Dollar reichen könnte und richtig aggressiv gesprochen könnte der Stopp sogar unter dem heutigen Tagestief beziehungsweise unter dem gestrigen liegen also hier ein CAV also ich sag mal wenn man das auf der Südseite jetzt einsteckt was haben wir hier für ein Risiko ich sag mal wenn wir selbst ein Stück weit runter gehen auf minus 1% roundabout ein Stück weit ja ein bisschen größer ziehen die Geschichte so dann haben wir hier ein CAV das überschlägt sich ja praktisch also ein CAV von 1,9 1,8 unglaublich wenn man es denn auch durchhält bis zum oberen Exit das Ding hier durchzuhalten fast so schön um wahr zu sein ich kann mir auch nicht vorstellen dass der Silberpreis so eine Bewegung jetzt vollzieht aber technisch gesprochen unterstützungsausgehend und insbesondere auch von der Saisonalität kann das durchaus passieren man muss natürlich jetzt auch wissen das betrifft den Silberpreis genauso wie den Goldpreis wenn wir die Nonfarm Payrolls am Freitag bekommen dann kann Silber auch mal hier schöne Spikes vollziehen ja also das heißt hoppla ich gehe mal nach oben kurz meinen Dollar hoppla ich gehe mal kurz einen Dollar nach unten und am Ende stehen wir wieder im Status Quo der Preisaction vor den Nonfarm Payrolls das kann ja immer passieren und dann guckt man natürlich in Anführungszeichen in die Röhre und stellt fest ja außer Spes nichts gewesen deswegen vor den Nonfarm Payrolls oder direktes News Trading ist hier immer mit einem gewissen Risikofaktor besetzt und deswegen müsste man wenn man ganz sicher gehen wollte den Stopp hier irgendwo weiter wegsetzen noch irgendwo ist wieder eine gute Sache man könnte den Supertrend nehmen man kann sich anhand der ATR also der Edge True Range orientieren da gibt es viele Möglichkeiten aber so eng gesetzt wäre es dann definitiv eine Gefahr dass der Stopp dann zum Beispiel bei den Nonfarm Payrolls abgeholt wird aber interessant ist dass Silber hier ein ganz anderes technisches Bild aufwirft als der Goldpreis der Goldpreis aber als großer Bruder sicherlich hier mehr Gewicht und Aufmerksamkeit erfahren sollte aber das mal zum Silberpreis ich hoffe für die vielen Fragen zum Silberpreis konnte ich jetzt hier eine Antwort geben obgleich wie gesagt das Ergebnis mich durchaus ein Stück weit überrascht das muss ich wirklich sagen gut wir hatten noch US-Dollar Kanadisch-Dollar war häufig gefragt auch ein Währungsbau was ich jetzt in jedem Fall mal vornehmen wollte warum wir haben ja erstmal den großen Chart Wochenbasis Sie kennen die Untertassenformationen soviel zur Charttechnik die hat ja auch statistischen Vorteil wenn so eine Formation auftaucht sie braucht Zeit das ist keine Intraday-Formation das ist eine Geschichte über Monate wenngleich hier sogar über Jahre auf Wochen-Monatsbasis beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar aber wenn sie auftaucht hat sie eine hohe Trefferquote so in Züge der Ölpreis-Schwäche der US-Dollar ganz klar profitiert dazu kamen eben noch die Anhebungs-Fantasien und auch die vollzogene Leitzins-Anhörung und der Preis ging hier entsprechend durch die Decke hat sogar hier dieses Untertassenziel bei weitem überwunden hat auch hier das entscheidende Levels der Hochschul- und Finanzmarktkrise überwunden alles wunderbar hat sich dann aber hier tatsächlich also ich dachte schon im Bereich 1,40 erfolgt eine Erschöpfung da gab es mal einen schönen Ausbruch nach oben um dann hier sozusagen bei 1,46 hier leichter Horizontalwiderstand dann nach unten abzudrehen und hier eine große Korrekturwelle zu fahren dann hatten wir hier so eine Art aufsteigendes Dreieck müssen wir jetzt mal auf Wochenbasis korrigieren scheint immer noch so also ein Stück weit lässt es sich und da muss man auch wieder klar sagen so ein Preis also so ein Preisschart ist ja ein lebendes Objekt also mehr oder weniger letztendlich sind die Preise erzeugt durch Marktteilnehmer durch einen Verkauf durch ein Orderbuch Angebotsüberhang Nachfrageüberhang und 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 das lebt natürlich und das muss man natürlich auch dann wenn man so mit Formationen schon arbeitet muss man dann auch gewillt sein hier einen gewissen Spielraum zu haben beziehungsweise diese Formation natürlich dann auch anzupassen insofern ist es hier völlig legitim dass man beispielsweise diese Trendlinie hier mal justiert ja um Gottes Willen da wird aber ersichtlich dass wir hier immer noch so eine Art aufsteigendes Dreieck haben und hier einen schön schönen Widerstand bei 1 ja 31,70 1,31,90 immer mal wieder Fehlversuche hier noch oben auszubrechen sehen Sie ja aber das wirkt schon ein Stück weit bullisch was ich hier auf Wochenbasis sehe wir haben ja erstmal tiefer hoch höhere Tiefpunkte immer wieder was sich ja auch hier durch diese Aufwärts-Trendlinie jetzt mal ganz salopp gesprochen sehr schön visualisieren lässt immer wieder höhere Tiefpunkte und wir haben hier oben ja das ist so eine Zone da muss er raus da muss er ganz klar nach oben gehen hat es aber bis jetzt nie wirklich geschafft nur wenn der mal hier nach oben raus zieht da würde ich schon das hoch der Vorwoche 1,32,81 sagen wir mal bei 1,333 geht also wirklich noch ein Stück weit was an Pips hinter sich lässt dann würde ich dafür plädieren beziehungsweise würde auch annehmen und erwarten dass der US-Dollar dann hier weiter nach oben zieht in Richtung 1,40 also wenn er hier einen Ausbruch sieht aus dieser gegenwärtigen Konstellation über 1,333 wäre das meines Erachtens sehr bullisch und ich denke auch er hat das Potenzial dazu sieht meines Erachtens durchaus so aus was jetzt Gegenteil natürlich immer wieder ganz klar Szenario B muss man hier sehen um 1,3064 haben wir das hoch aus früheren Zeiten vom Zeitpunkt der Finanzmarktkrise und sollte der Preis das aktuelle Wochentief das Vorwochentief und auch das Vorvorwochentief unter dieses Niveau zurückfallen dann wird hier diese Trendlinie mehr oder weniger interessant aber richtig bärisch für die Aufgabe von 1,28 weil wir dann auch hier die Sommertiefs unterschreiten würden und den Spielraum würde ich den Währungspaar schon lassen weil wenn es dazu kommt dann gehen wir schnell in Richtung 1,22 1,23 alles dazwischen ist meines Erachtens wildes Geranger und das sehen Sie auch hier also hier unter Swing oder Trendfolge Gesichtspunkten Geld verdienen zu wollen ist sichtlich schwer also da muss der Markt ja hier ganz klar eine Tendenz entwickeln eine Trendfolgetendenz und die sehen wir hier überhaupt nicht wir haben hier eine Konsolidierung nach diesem Ausverkauf rein vom Bias her sieht das wie gesagt bullisch aus wir können jetzt auch nochmal die Saisonalität auf den Schirm werfen haben wir eh schon die kommenden 60 Tage das heißt wir haben hier das Potenzial für die nächsten 60 Tage mal vorauszuschauen sieht nicht gut aus beim US-Dollar Schweizer Franken aber wir wollen den Looney den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar ja das ist ein anderes Bild als beim Goldpreis um nicht zu sagen hier Europa hoch da geht es mal hoch geht es mal runter und auch wenn wir hier auf die Preisskala Punktesskala schauen das ist hier nicht wirklich klar wohin hier saisonal die Reise gehen soll anders als beim Goldpreis da mal schön Rückenwind nach oben schön Nordwind da kann was gehen aber hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar saisonalität mit Verlaub überhaupt nicht vorhanden das ist hier ein wildes Rumgepengel und genau das macht er im Prinzip ja auch schon hier seit dem Frühjahr also hier ist keine klare Trendstruktur zu erkennen und wenn ich als Swing Trader den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar traden wollte dann würde ich hier mit Sicherheit erstmal einen Ausbruch abwarten oder eben auch die Füße so lange stillhalten bis er nach oben oder unten eben entsprechend rausgeht sich hier drin zu positionieren kann im Prinzip nur Geld kosten weil eine klare Trendstruktur wie gesagt meines Erachtens hier schon mal überhaupt nicht ersichtlich ist aber rein von der Technik und der vorherigen Bewegungen sieht das schon samt diesen aufsteigenden Dreiecks eigentlich mal nicht so bärisch aus also es wirkt auf mich ganz positiv so dass er nach oben rausgehen könnte technisch gesehen rausgehen könnte so exotisch und auch häufig nachgefragt der Neuseeland-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wenn aber wir gerade den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar haben ist jetzt natürlich auch mal interessant zu sehen wie geht es den anderen Währungspaaren und den hatten wir auch ich meine letzte Woche vorletzte Woche im Devisenradar da ging es um dieses All-Time-High über das Mehrjahres-Hoch hier über 0,96 50 da gab es hier erstmal einen schönen Shooting Star das ist die Kerze hier gewesen ja also Neues hochgemacht schön ausgebrochen aber tagesschlussmäßig hier die kompletten Gewinne des Tages ausverkauft dann gab es hier eine Korrekturwelle hier haben wir eine schöne Trendlinie also gut diesen kleinen Spikeout hier am 5. dennoch eine schön strukturierte Aufwärtsbewegung und ja die Idee war dass wir hier nochmal Rücksetzer sehen die sie kaufen könnten aber jetzt ist hier eine weitere Schwäche vollzogen worden es sieht also schlecht aus das Währungspaar bleibt aber aus meinem Gesichtspunkt heraus erstmal leicht bullisch Rücksetzer sind aber meines Erachtens bis hierhin 0,9350 legitim wieder auch schon mit dem blauen Pfeil da skizziert von dort aus sollte sich das Währungspaar dann aber schleunigst auf den Nordwegen machen also gehen wir nämlich hier tiefer insbesondere hier unterhalb des Augusttiefs was haben wir da 0,9275 sagen wir mal noch ein Pip draufgeschlagen aufgrund des ohnehin höheren Spreads bei diesem Währungspaar wenn wir hier unter 0,9270 gehen ouch sieht nicht gut aus dann haben wir hier definitiv ein Verkaufssignal dann dürfte es auch deutlich tiefer gehen 0,91 und Co ansonsten wenn wir uns hier stabilisieren das wäre jetzt sozusagen das präferierte Szenario dann sieht es gut aus dass wir hier wieder einen Aufwärtslauf sehen aber die erste Chance einer Stabilisierung hat das Währungspaar leider nicht genutzt das muss man ganz klar sagen so Fahrt löschen holen wir es mal hier weg ein bisschen wie gesagt Szenario war jetzt nicht wirklich mustergültig nicht aufgegangen aber das wäre jetzt mal hier so das präferierte also wenn der US-Dollar also der New Zealand-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar nochmal zurücksetzen dürfte dann tut es der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar sicherlich ähnlich aber so richtig klar ist die Situation halt nicht also da sind mir die Yen-Pairs zum Beispiel aktuell wesentlich interessanter dann gehen wir nochmal auf Euro-Yen auch viel nachgefragt im Chat hatte ich gesehen und da war natürlich eine sehr sehr spannende Situation also wir hatten hier und das hatte ich auch beim Devisenradar im Prinzip am 21. September den Ausbruch nach unten neues Mehrmonatstief wusch ja Unterstützung gebrochen auch wieder hier die Horizontallinie also da schaut man wirklich drauf wo wird denn immer wieder gekauft wo ist denn der Euro gegenüber dem Yen im Vorteil wo kommen die Käufer hier rein und das war hier ein ganz klares Level wo man sagt am 21. September ist der Preis hier nach unten weggebrochen und das war de facto ein Verkaufssignal ja aus die Mars dann gab es hier eine kleine Stabilisierung hier so ein bisschen rumgeeiert um das Level was auch nochmal unterstreicht dass dieses Level wirklich für einige große Adressen durchaus mit Interesse gesegnet war dann aber die letzten Tage die absolute Yen-Schwäche Euro profitiert davon Euro gegenüber dem japanischen Yen jetzt haben wir auch diese Abwärts-Trendlinie gebrochen die wir auch direkt mal weiter vorführen so Bums und jetzt sind wir hier an dieser Trendlinie dran das ist ähnlich wie beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen so eine Trendlinie die aus dem Frühjahr herrührt also schon mittelfristigen Charakter hat beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen sind wir schon drüber gehuscht das wissen sie das haben wir uns am Anfang angeschaut beim Euro Yen stehen wir jetzt hier genau davor und haben auch noch ich mache mal hier oben das Widerstands-Cluster weg haben auch noch hier naja die letzten Hochs also hier genau in diesem Bereich das ist schon eine Zone meine lieben Zuschauer mal gucken was jetzt passiert sozusagen gucken wir mal ob der jetzt hier nach oben raus geht oder nicht grundsätzlich erwarte ich ja eine gewisse Fortsetzung der Yen-Stärke und das könnte hier beim Euro wenn er hier raus geht da muss natürlich auch der Euro ein bisschen Push-Up kriegen da muss der Euro auch ein Stück weit Drive kriegen da muss er nach oben wollen aber wenn wir hier über 116.30 Fibulevel 116.57 also wenn wir hier rüber raus gehen das sieht dann schon das sieht schon gut aus also ich denke dann hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen auf jeden Fall einen Vorteil auf der oberseite so will ich es mal sagen hier ist es noch nicht ganz klar wir haben die schräge Trendlinie wir haben hier die kleinen Durchschnitt wir haben ohnehin schon negatives Abwärtsmomentum noch das haben wir auch beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen also grundsätzlich kann hier noch viel passieren auf der Südseite aber ja Südseite Nordseite grundsätzlich beides möglich leicht präferiert Nordseite schauen wir auch nochmal auf die Saisonalität hier beim Euro gegen mit dem japanischen Yen oder am Bias kriegen der uns unterstützt wie gesagt so eine Saisonalitätsgeschichte sagt ja auch nicht dass es so kommen muss ja aber in den letzten Jahren hatten wir eben hier Sie sehen es im Oktober einen guten Lauf kleiner Tipp zurück und im November dann Schuppala bis in den Dezember hier das ist ja Wahnsinn also rein Saisonal gesehen müsste man hier Ende November den Euro gegenüber dem japanischen Yen blind kaufen weil es Saisonal statistisch gesehen eben hier immer wieder richtig Action nach oben und unten gab also hier kurz nach unten und dann generell während des November Novemberverlaufs hier stringent nach oben also wirklich sehr sehr bulliger Bias wenn ihr hier oben scheitert und hier zurücksetzt dann muss man sehen dann scheint mir hier die Unterstützung bei 112,50 auf jeden Fall nochmal ein Ziel wenn jetzt hier der Yen plötzlich wieder stark daherkommt den Euro hier sichtlich schwächt dann kann das passieren wäre aber aktuell nur Plan B gut meine lieben Zuschauer dann wären wir heute schon durch für das JFD Devisenradar am Mittwoch ein Stück weit auf die Edelmetalle geschaut das ein oder andere Währungspaar durchgenommen auch an dieser Stelle erstmal ich konnte nicht alle Währungspaare bearbeiten die hier als Wunsch auftauchten aber dazu einfach aufgerufen das nächste Mal nochmal dabei zu sein nächste Woche geht es weiter wieder beim JFD Devisenradar Mittwochs und da freue ich mich natürlich wenn Sie dabei sind bis dahin bleiben Sie anständig viel Erfolg bei den Handelsgeschäften und vergessen Sie nicht handeln Sie mit dem richtigen Broker der eben auf Ihrer Seite steht und um Gottes Willen nicht an Ihren Verlusten partizipiert oder sich sogar Ihren Levels ergötzt und dann profitiert oder versucht hier profitabel Vorteil draus zu schneiden also JFD Brokers testen Sie uns ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit wenn Sie mögen auf bald Ihr Christian Kemmerer und Tschüss wird obscure einatmen dem an night oder Myers spät wird Vielen Dank.